So meine Lieben, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt meine PayPal-Position nochmal deutlich aufgestockt. Ich habe meine PayPal-Position im Endeffekt verdreifacht. Ich weiß, einige von euch haben noch viel größere Positionen in PayPal, aber für mich ist dieser Kauf jetzt hier von 20 weiteren Stück eine Verdreifachung im Endeffekt. Und das heißt, bei mir ist jetzt PayPal im Depot etwa gewichtet mit 2,63%. Das ist deutlich mehr, als ich jetzt vor kurzer Zeit hatte. Aber was ich dazu sagen muss, diese PayPal-Position wird jetzt nicht exorbitant größer werden oder noch viel, viel stärker zulegen. Deswegen jetzt auch dieses Video, wieso habe ich jetzt PayPal zwar deutlich zugekauft, aber wieso werde ich jetzt auch PayPal nicht irgendwie zu der größten oder zu der Top 10, Top 5 Position aufbauen. Das schauen wir uns jetzt in diesem Video an und wir schauen einfach mal direkt mal ganz kurz auf meine Holdings hier bei Parkett. Also ihr seht, mein erster Zukauf, mein erster Kauf von PayPal war Ende des Jahres 2023. Damals für knapp 52 Euro. Und damals habe ich euch ja gesagt, hey, der Managementwechsel hier durch Alex Chris, das wirkt für mich sehr vielversprechend. Und gleichzeitig ist die Bewertungsbasis, wie wir sie auch schon Ende letzten Jahres gesehen haben, meiner persönlichen Ansicht nach sehr, sehr günstig. Das heißt, ich habe hier eine gute Kombination aus einer Aktie, die vom Markt runtergeprügelt war. Gleichzeitig aber auch hier die Bewertungen damals schon sehr interessant waren und der Aktie nicht viel zugetraut wurde, weil eben jahrelang die Innovation gefehlt hat. Diese fehlende Innovation war auch der Grund, wieso ich auch vor einigen Jahren PayPal eher als tote Aktie gesehen habe. Und dann durch diesen Managementwechsel hat es dazu geführt, dass ich die Situation nochmal neu bewertet habe. Und der Punkt ist ja auch, oftmals ist es genau so, dass ein Managementwechsel einige Punkte, wenn es eben das richtige Management ist, einige Punkte dann nochmal aufgerollt werden und das Unternehmen dann durchaus nochmal in neue Gefilde vorstoßen kann. Das sehen wir meiner persönlichen Ansicht nach. sehen wir das jetzt tatsächlich unter Alex, Chris und wir sehen das hier unter den Quartalszahlen, den letzten Quartalszahlen. Wir sehen hier, dass PayPal die Erwartungen schlagen konnte beim Umsatz nur knapp, dafür aber deutlich hier bei den Earnings. Sehen wir im Übrigen auch hier bei diesem Bild. Und wir sehen hier alles, was grün ist, da wurden die Markterwartungen deutlich geschlagen und ganz interessant ist auch die Guidance, also der Ausblick wurde ebenfalls erhöht und stärker erhöht, als jetzt die ganzen Analysten erwartet haben. Also, hat jetzt JD nur gekauft wegen den letzten Quartalszahlen? Naja, nicht ganz, denn die liegen ja auch schon ein paar Wochen zurück. Es war aber für mich ganz wichtig, diese Bestätigung zu bekommen. Ich habe euch ja öfters gesagt, hey, ich kaufe PayPal, die erste Position und ich habe Vertrauen in das Management. Das, was auf dem Papier steht von Alex, Chris, seine Errungenschaften, auch die er in der Vergangenheit hatte, die wirken auf mich sehr positiv, aber ich brauche am Ende auch die Bestätigung. Ich gehe davon aus, dass genau sowas eintritt. PayPal wieder in den Wachstumsmodus zurückkehrt auf der einen Seite und PayPal auch wieder deutlich profitabler wird. Wir sehen jetzt im Moment zumindest nur einen Teil davon und diesen Teil, der ist vor allem, der betrifft vor allem die Rentabilität und der betrifft vor allem auch die Innovationsstärke. Das ist auch etwas, was für mich ganz, ganz wichtig war, denn PayPal hantiert ja in einem Markt, der sehr, sehr, ich würde mal sagen, belastet ist durch sehr viel Konkurrenz. Das heißt, man muss immer aufmerksam sein und darf jetzt nie irgendwie einen neuen Trend verpassen, ohne dann sofort irgendwie vom Markt ja sozusagen ins Hintertreffen zu geraten. Wir sehen jetzt hier einige Entwicklungen bei PayPal, wenn wir auch in die letzten Quartalszeilen reinschauen, die mich weiterhin sehr, sehr positiv stimmen. Und hier finde ich als einer der wichtigsten Punkte tatsächlich, die jetzt auch von der Innovationsstärke jetzt passiert, der Bereich Fastlane. Es gab ja damals, ihr könnt euch erinnern, diese tolle Aussage von Alex Chris. Es kommt ein Event und wir werden es euch richtig zeigen, dass wir drauf haben. Dann kam eben dieses Event, dieses Tech-Event mit Alex Chris und der Markt war damals extrem enttäuscht, weil jetzt eben nichts mega Neues angekündigt wurde, sondern einfach Innovationen gezeigt wurden, die innerhalb der bestehenden Plattformen dann erweitert werden sollten. Und ich habe euch schon damals gesagt, ich blende das Video mal oben rechts ein, hey, das ist ganz, ganz wichtig, was hier passiert. Es war etwas, worauf ich auch selber gewartet habe. Es geht nicht darum, dann von der Innovation her sofort mega neue Dinge aus dem Hut zu zaubern, sondern darum, das Bestehende, was man hat. Und PayPal hat nun mal extrem viel Bestehendes, das zu verschlanken, das einfach schneller zu machen. Und hier ist Fastlane eine ganz interessante Möglichkeit, wo man jetzt auch sieht, dass hier auch PayPal seine Stärke ausspielt und hier im Endeffekt auch darum geht, dass jetzt eben die Kunden, wenn die irgendwo unterwegs sind und die möchten etwas kaufen, dann soll es darum gehen, dass diese Kunden im letzten Step nicht eben dann doch noch abspringen. Vielleicht kennt ihr dasselbe, ihr seid irgendwie in einem Online-Shop unterwegs und dann legt ihr euch schon alles in den Warenkorb, drückt auf Zahlen und dann brecht ihr doch noch ab. Wieso brecht ihr ab? Vielleicht gibt es nicht die passende Zahlungsmöglichkeit. Vielleicht müsst ihr viel zu viele Infos hinterlassen. Das ist auch oftmals ein Grund, da hat man gerade keine Lust oder gerade keine Zeit, weil man auf dem Sprung ist. Und dann, naja, dann tätigt man den Kauf nicht. Und ein nicht getätigter Kauf, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man diesen gar nie wieder tätigt oder insgesamt nicht tätigt. Und hier soll eben durch diese neue Innovation auch innerhalb von der PayPal-Abwicklung her, soll es darum gehen, dass die Kunden eine deutlich geringere Abbruchrate haben, eben ganz am Ende des Zahlungsprozesses, des Abwicklungsprozesses. Hier seht ihr hier, dass im Endeffekt Early Fastlane Results erreicht eine 80%ige Konversion für Nutzer, die wieder zurückkehren, gegenüber einem Industriedurchschnitt von etwa 50. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann, wenn ich meine, wenn das funktioniert, dann werden die Händler durchaus wieder verstärkt auf PayPal setzen, auch wenn die jetzt vielleicht dann nicht unbedingt der kostengünstigste Anbieter sind. Wenn man im Endeffekt mehr verkaufen kann, dann ist es ja umso besser. Und hier dieser kostengünstige Bereich, was man hier auch dazu sagen muss, was mir sehr gut gefällt, ist, dass PayPal jetzt nicht mehr nur darauf setzt, Wachstum bei Braintree ohne Marge zu erreichen, sondern man fokussiert sich jetzt tatsächlich darauf, ein gesundes Wachstum zu erreichen. Man konzentriert sich darauf, auch hier mal ein bisschen mehr Take Rate, also ein bisschen mehr Marge mitzunehmen. Und das ist etwas, was mir jetzt positiv grundsätzlich stimmt. Das heißt, die Entwicklungen gehen in die richtige Richtung. Wir haben hier überall einen wunderschönen Quartalsbericht mit vielen Punkten, die mich insgesamt positiv stimmen. Wir haben hier vor allem ein deutliches Wachstum in der Ertragsstärke. Und wir haben erste Innovationen, wo wir jetzt auf den Markt treffen. Was natürlich immer noch fehlt, ist das Umsatzwachstum. Und dieses Umsatzwachstum mit gleichzeitig schöner Ertragsstärke, das wäre etwas, was die PayPal-Aktie am Ende nochmal deutlich, deutlich aus den aktuellen Bewertungskreisen nach oben hauen würde. Unter der aktuellen Bewertung ist es ja so, wir haben jetzt hier, ich blende mich mal ganz schnell aus, ihr seht hier in der untersten Reihe, haben wir ein Free Cashflow, eine Free Cashflow-Rendite im Endeffekt zwischen 8 und 10 Prozent für die nächsten Jahre, wenn die Analysten zahlen, wenn die Analysten Schätzungen eintreten. Und ich halte sie für durchaus realistisch, vielleicht sogar noch einen Tick zu konservativ. Das heißt, ihr seht hier, die Analysten gehen schon durchaus von einem Umsatzwachstum aus. Und ich halte das auch plausibel. Selbst unter den aktuellen sehr schwierigen Bedingungen von der Konkurrenzebene auf den Markt muss man eben eins feststellen, deswegen mal diese Grafik hier. Die Entwicklung der Online-Umsätze am insgesamten Anteil der Gesamtumsätze im Einzelhandel, die nehmen weiterhin zu. Und erstmalig sind wir jetzt auch wieder über dem Niveau, wie wir das Ganze im Peak zu Corona-Zeiten gesehen haben. Das heißt, es ist hier ein sehr schöner, linearer Trend, der immer weiter zunimmt. Ab einem gewissen Punkt wird das Ganze sich wieder abflachen, weil wir werden nicht 100 Prozent online sehen, definitiv nicht. Aber desto höher wir steigen, desto flacher wird dann diese Wachstumskurve sein. Aber im Moment seht ihr hier, das Wachstum kehrt zurück in den Online-Umsatz. Und selbst wenn jetzt PayPal etwas unter die Räder gerät in diesem Sinne, dass man seinen Marktanteil nicht weiter ausbauen kann, vielleicht sogar stückchenweise verliert, dann ist es trotzdem so, dass dann praktisch durch dieses Gesamtwachstum am Online-Geschäft PayPal auch mit den bestehenden Kunden mehr Verkäufe tätigt. Das heißt, die bestehenden Kunden mehr online kaufen, diese bestehenden Kunden auch größere Umsätze online machen. Und allein deswegen, weil es auch eine prozentuelle Take Rate oftmals ist, nimmt PayPal eben auch an dieser Entwicklung vom Gesamtmarkt mit und müsste dann auch tatsächlich im Umsatzwachstum für die folgenden Jahre auch einiges etwas mitnehmen. Das heißt, unter der gesamten Bewertung, mit einer Bewertung hier zwischen 8 und 10 Prozent einer Free Cashflow-Rendite, mit dem zukünftigen Blick, dass auch das Umsatzwachstum sich alleine schon steigern sollte, wenn insgesamt der Online-Anteil am Retail-Geschäft insgesamt zunimmt, dann ist für mich unter den aktuellen Bedingungen die PayPal-Aktie durchaus sehr, sehr attraktiv bewertet. Und ich sehe auch das, was jetzt Alex Chris mit den ganzen Innovationsschritten durchführt. Und ich muss sagen, die Aktie war jetzt für mich insgesamt wieder so positiv bewertet, dass ich jetzt mein Ziel, mein erstes Ziel jetzt einfach mal soweit erreicht habe und die Aktie jetzt bei mir im Depot auf 2,7, glaube ich, waren das vorhin, haben wir, glaube ich, gesehen, 2,6, ja, 2,6 Prozent aufgebaut habe. Wieso werde ich jetzt PayPal dennoch nicht zu meiner größten Position machen? Die Aktie ist sehr schön bewertet und was ich auch wieder sehr spannend fand, durch diese sehr positiven Quartalsergebnisse haben wir jetzt endlich mal ein bisschen auch Leben in der Aktie gesehen. Ja, das ist auch etwas Wundervolles, dass jetzt entsprechend auch vielleicht auch der ein oder andere Investor, größere Investor, zurück zur PayPal-Aktie zurückkehrt und sagt, hey, das ist genau etwas, worauf ich gewartet habe. Was wir aber natürlich sehen, der Weg ist weiterhin sehr, sehr schwierig für die PayPal-Aktie. Wir haben immer wieder Verkäufe erlebt. Selbst wenn dann die Quartalsender vielleicht doch überzeugend waren, dieses Gap-Up hier ist für mich aber soweit erfolgt zu versprechen, dass ich sage, wir könnten diesen Widerstandsbereiche zumindest mal kurz- bis mittelfristig vielleicht sogar durchbrechen und dann, naja, dann ist das erste Ziel bei etwa knapp 80 US-Dollar und jetzt ist die Frage, wieso baue ich jetzt nicht weiter auf, obwohl ich denke, dass die Aktie ja trotzdem unterbewertet ist und viel Potenzial hat und auch das Management ja gut fungiert. Ein Punkt ist hier eben ganz, ganz wichtig. PayPal ist trotzdem noch aktiv in einem Markt, der jetzt angegriffen wird von den riesigen Tech-Unternehmen, das heißt Alphabet, das heißt vor allem auch Apple, das heißt man ist auch mit Visa in Konkurrenz, das heißt man ist ja auch mit Adyen in Konkurrenz und es gibt so viele sehr gute Tech-Unternehmen, die jetzt hier in diesem Rahmen aktiv sind, wo ich einfach sage, das Risiko ist mir am Ende dann doch zu hoch, dass dann PayPal durch einen neuen Innovationsschritt ganz, ganz schnell plötzlich unter die Räder geraten könnte. Solange der Markt, dieser ganze Zahlungsabwicklungsmarkt relativ linear verläuft und eine lineare technische Entwicklung eintritt, solange wird auch PayPal relativ gut fahren, meiner Ansicht nach. Wenn aber jetzt ganz plötzlich eine neue Innovation auf den Markt kommt, wo dann vor allem in den USA sich alle nur noch auf das Apple-Zahlungsmodell beziehen, dann könnte es schwierig werden. Dann hat PayPal zwar immer noch den internationalen Markt, aber insgesamt ist das Risiko dennoch hoch, dass hier PayPal technologisch weiterhin deutlich unter die Räder gerät und diese Konkurrenzsituation sich immer weiter verschärft. Gleichzeitig muss ich aber eben sagen, dass eben diese Risiko-Chancen-Gewichtung ich eben trotzdem recht positiv sehe für PayPal. Mich würde jetzt noch interessieren, was hast du mit deiner PayPal-Position gemacht die letzten Wochen, vielleicht noch weiter aufgestockt und was hältst du von Alex Chris und den Entwicklungen, die er im Unternehmen eingeleitet hat. Vielen Dank ihr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.